Was ist die Möglichkeit, dass wir eine globalisierte Wirtschaft haben? Selbstverständlich stehen wir dazu, dass wir eine globalisierte Wirtschaft haben. Das bedeutet auch, dass wir diese globalische Wirtschaft pflegen müssen. Sprich, es geht darum, dass wir einerseits mit Europa ein gutes geregeltes Verhältnis haben. Bilaterale Verträge sind zurzeit der Königsweg, wie man sagt. Aber wir machen natürlich auch weitere Märkte gut. Das heisst, wir machen Freihandelsabkommen, wo immer es geht. Es ist für uns eminent wichtig, nicht nur für den Wohlstand, sondern auch der kulturelle und gesellschaftliche Austausch ist wichtig. Insbesondere mit Europa, sprich mit unseren Nachbarn. Selbstverständlich geht es natürlich darum, wenn wir irgendwelche Gesetze machen, hier in der Schweiz legiferieren, also eben Gesetzesbestimmungen usw., dass wir immer schauen, dass die Reziprozität gewährleistet ist. Die Gegenseitigkeit, sei es bei Doppelbesteuerungsabkommen, sei es, wenn es um Einbürgerungsfragen geht. Weil wir wissen, zur Kenntnis nehmen, wenn wir in der Schweiz restriktiv mit unseren Ausländerinnen und Ausländern umgehen, könnte es sein, dass eben unsere Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer in ihren Wohnländern ebenfalls darunter leiden würden, wenn wir etwas Negatives beschliessen würden in der Schweiz. Und daher ist es für uns als FDP wichtig, dass wir immer beachten, wenn wir hier in der Schweiz etwas bestimmen, könnte es Auswirkungen haben auf andere Länder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.